Samstag, der 23. November 2019. Es ist 19.25 Uhr. Zeit für die Ziehung der Lottozahlen. Heute im Studio Chris Fleischhauer. Guten Abend, willkommen zu Lotto am Samstag. Schön, dass Sie mit dabei sind. Die schlechte Nachricht zuerst, der Lotto-Jackpot ist geknackt. Das gute Millionär werden können Sie heute dennoch. Dann schreiten wir mal zur Tat. Kugeln und Ziehungsgeräte sind natürlich wie immer im Vorfeld ordnungsgemäß überprüft worden. So gut kann es losgehen. Ich drücke die Daumen Ihnen allen jetzt. Viel Glück. Ja, rund 1,3 Millionen Euro, die waren in unserem Lotto-Jackpot am Mittwoch. Zu den sechs Richtigen brauchte man wie immer natürlich die passende Superzahl, um da abzuräumen. Und ein Spieler aus Nordrhein-Westfalen, der hatte das alles. Wir sagen Glückwunsch. Und hier die erste Zahl vom heutigen Samstag. Die 36. Somit gehen wir wieder auf Anfang und starten heute in der obersten Gewinnklasse von 6.049 bei rund 2 Millionen Euro. Hört sich ein bisschen wenig an. Ist es aber nicht. Mir wird es reichen. Die nächste. Die 24. Über knapp 800.000 Euro. Freut sich ein Spieler, der ebenfalls den passenden Sechser auf dem Schein hatte. Aber leider ohne passende Superzahl. Und die Glückwünsche, die gehen nach Bayern. Dort hat also der Spieler in der zweiten Gewinnklasse abgeräumt. Nächste Lottozahl, die 5. Millionär werden können Sie heute aber auch in unserer Zusatzlotterie, nämlich dem Spiel 77. Da warten heute etwas mehr als eine Million Euro auf Sie, wenn Sie natürlich mitgemacht haben und dort das Kreuzchen gesetzt haben. Nächste Lottozahl ist die 28. Und bei der anderen Zusatzlotterie, nämlich bei Super 6, da hatte am vergangenen Mittwoch ausnahmsweise mal kein Spielerglück. Da geht es ja wie immer um 100.000 Euro für die sechs richtigen Ziffern in der obersten Gewinnklasse. Die vorletzte Schnapszahl, die 11. Und wir wagen mal einen Blick auf unsere Statistik. Jetzt sind es ja noch knapp fünf Wochen bis Jahresende. Und noch immer liefern sich die 29 und die 42 ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide Zahlen bisher 20 mal ausgelost. Die letzte heute ist die 26. Das sind sie also die sechs richtigen am heutigen Samstag. Und weiter geht es natürlich wie immer an dieser Stelle mit der Ziehung der Superzahl. Ich drücke nochmals ganz fest die Daumen. Viel Glück! Insgesamt haben wir 20,7 Millionen Euro in der gesamten Ausspielung und rund 2 Millionen Euro, die in der obersten Gewinnklasse warten, im Jackpot, im kleinen Jackpot von 6 aus 49. Die goldene Mitte, die 5. So, damit stehen alle Gewinnzahlen für heute fest. Und die gucken wir uns natürlich nochmals an, wenn Sie noch mal in Ruhe mitschreiben möchten. Hier sind sie, die Lottozahlen in richtiger Reihenfolge. 5, 11, 24, 26, 28, 36 und die Zusatzzahl. Oh Gott, Zusatzzahl, das ist lange her. Superzahl, bis bei der Superzahl ist die 5. Das waren noch nicht meine Zeiten mit der Zusatzzahl. So, weiter geht es mit den Gewinnzahlen der Zusatzlotterien. Die werden ja bereits immer im Vorfeld zur Live-Zuhrung ermittelt. Im Spiel 77 gewinnt 8, 1, 2, 0, 1, 8, 8. Und die letzte für heute, die Gewinnzahl der Lotterie Super 6. Da gewinnt 5, 3, 9, 2, 7, 6. Nachlesen können Sie immer nochmals alles ganz in Ruhe auf Lotto.de. Und damit sind wir schon wieder durch. Das war Lotto am Samstag. Die nächste Chance, die gibt es wie gewohnt am Mittwoch. Pünktlich um 18.25 Uhr bin ich dann wieder für Sie hier. Bis dahin Ihnen allen noch einen schönen Samstagabend. Tschüss, machen Sie es gut. Lotto 6 aus 49. Spielen beim Original.